Immer wieder werden Migranten aus Süd- und Mittelamerika in Lastwagen über die Grenze in die USA geschleust. Nun sterben Dutzende Menschen auf der Flucht, sie werden in Texas nahe der Stadt San Antonio entdeckt. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Leichen von mehr als 40 Menschen sind im US-Bundesstaat Texas in einem Lastwagen am Rande der Großstadt San Antonio gefunden worden. Bei den Toten handle es sich wahrscheinlich um Migranten, die illegal in die USA eingereist seien, berichten US-Medien unter Berufung auf Ermittler. Die Lokalsender Xard und News 4SA sprachen von 46 Toten. Laut Xard wurden 16 Überlebende in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei suchte den Berichten zufolge nach dem Fahrer des Sattelzugs, der sein Fahrzeug in einer abgelegenen Gegend zurückgelassen hatte. Woran die Menschen gestorben sind, ist noch unklar. Den Berichten zufolge soll es in San Antonio aber in den vergangenen Tagen sehr heiß gewesen sein. Wilder zeigen einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. In Lastwagen werden immer wieder von Mexiko aus Migranten in die USA geschleust. Mit dem Untertitelung des ZDF, 2020